Ich freue mich, dass wir in der gleichen Klasse spielen wie so eine Mannschaft. Zum Glück gibt es ja noch Bundesliga und es ist noch nicht so, dass es noch eine größere Liga gibt. Vielleicht darfst du dann gar nicht mehr gegen sie kicken, weil sie dann nur noch irgendwo anders kicken. Aber jetzt kicken wir gegen Bayern in der ersten Bundesliga. Das ist mir Freude genug, aber darüber nachdenken, dass ich jetzt die ganze Zeit freue mich jetzt gegen Bayern. Weil einerseits freut man sich ja, dass man gegen so gute Mannschaft spielt, aber man hat ja auch gehörigen Respekt. Weil wir spielen ja nicht gegen Bayern, damit sie nur da waren und uns besucht haben. Wir wollen Bayern bekämpfen und man überlegt ja die ganze Zeit, wie geht es am besten? Da muss man relativ viel überlegen. Das war's für mich. Vielen Dank.